Hallo, herzlich willkommen beim nächsten Video zu unserer Peres zu den parasyphiologischen Geräten, wo wir euch gerne vorstellen möchten, welche Geräte wir auf unserer Zoom verwenden und natürlich die Theorie und Funktionsweise, wie die denn dort funktionieren, was wir damit messen, wozu wir die haben. Heute mit dem Thema Licht. Moment, Licht, das hatten wir schon? Stimmt, aber ich rede heute nicht vom weißen Licht, das ist ja eine Multifunktionslampe hier, sondern ich rede von Schwarzlicht. Genau genommen brauchen wir eigentlich das UV-Licht, aber es ist Schwarzlicht, weil es nicht nur UV, sondern man hat natürlich auch blaues und ein bisschen weißes Licht beigemischt, damit wir überhaupt sehen können, ob eine Lampe an ist oder nicht. Ansonsten bringt das uns nicht sehr viel. Kommen wir erst mal wieder zum theoretischen Background. Also, es gibt viele Stoffe, vor allem organische Stoffe und aber auch verschiedene Metalle. Das sieht man, wenn man mal Video eingibt, leuchten Steine. Wunderschön eigentlich. Aber auf jeden Fall sind das alles Stoffe, die, wenn sie mit UV-Licht bestrahlt werden, energetisch geladen werden. Und mal ein Beispiel des Bohrschen Atommodells zuerst. Da gibt es ja, jeden Atom ist ja umhüllt von Schalen, auf denen sich die Elektronen bewegen. Wenn nun eine Energiequelle, eine starke UV-Licht, da drauf trifft, werden die äußeren Elektronen energetisch angeregt und wechseln auf eine höhere Schale. Da können die aber nicht bleiben. Sie fallen zurück auf ihre ursprüngliche Schale, die weniger Energie hat und die überschüssige Energie, die sie quasi vom Schwarzlicht absorbiert hatten, strahlen sie aus. Dann aber nicht in Formen von Schwarzlicht, sondern von einer ganz markanten Farbe. Je nach Stoff ist es unterschiedlich. Das ist nochmal erklärt mit dem Orbitalmodell, das quasi geltender ist. Das Bohrisch ist vielleicht einfacher, aber das Orbitalmodell ist ja das geltende. Eigentlich ist es ähnlich wie Schalen. Es gibt halt nur keine Schalen, sondern Orbitale. Das sind Orte, wo Elektronen mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Und hier ist das gleiche Prinzip. Ein Elektron aus einem Orbital, ein relativ energiearmen Orbital, wird mit UV-Licht bestrahlt. Es wechselt in ein energiereicheres Orbital. Wenn nun mal die Strahlung nicht mehr drauf ist, bzw. es kann da allgemein nicht bleiben, fällt es in sein altes, energiearmes Orbital zurück. Und auch hier wird die frei werdende Energie in Form von einem signifikanten Licht wieder emittiert, sprich abgestrahlt. Ja, genau das ist das Messprinzip, was wir hier verwenden, weil ich sage mal, es gibt einige Sachen, die sind nur unter UV-Licht sichtbar. Das ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, ein Fingerprint für Geister, aber es soll angeblich auch organische Stoffreste geben, die von Geistern hinterlassen werden. Thema Ectoplasma, damit befassen wir uns aber in einer anderen Playlist genauer, weil das ist bisher noch nie bestätigt worden, das ist nur in der Theorie, aber wir wollen sie ja nicht ausschließen. Aber allgemein können wir so ein paar tolle Dinge sehen, theoretisch auch Blutspuren, allerdings wenn sie alt sind, nur mit Luminolenverbindung. Und ja, deswegen kommen die bei uns ab und an zum Einsatz. Ich zeige euch das, dass wir so unsere Around-Lampe, die hat ungefähr 390 bis 395 Nanometer Wellenlänge. Das heißt, das ist die obere Grenze vom UV-Licht, das nächst sichtbare Licht für die Menschen ist bei 450 Nanometer und endet ungefähr bei 750 Nanometern. Das blaue Licht ist das 450er. So, ich zeige das mal kurz an meiner Hand, kleiner Hinweis vorher aber, UV-Licht ist natürlich in gewissem Maße schädlich. Das hier ist relativ langweiliges, also relativ energiearmes UV-Licht und damit bei einer Kurzzeitbestrahlung kein Problem. Für die Haut, Augen sollten wir trotzdem vermeiden, aber ich zeige euch das mal kurz an der Hand. Weißes Licht, ganz klar, kennt jeder. Das ist ja jetzt nur eine andere Lichtinstität, blinken. Und das hier ist UV-Licht. Klar, umso weiter ich weggehe, umso mehr ich streut es, umso näher ich rangehe und desto fokussierter wird es. So. Das UV-Licht ist halt so, dass wir dann in der Lage sind, eventuell irgendwas zu sehen. Verschiedene Stoffe emittieren verschieden. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht und zeige das mal. Weiß zum Beispiel reflektiert alles Mögliche. Das ist ja so mit weiß. Hier einfach ein Aufhänger. Huch, bleibst du mal drin. Wenn ich draufgehe, seht ihr, der strahlt wunderbar. Sieht echt schön aus, wenn der dann so leuchtet. Unter weißem Licht zeige ich das jetzt mal kurz. Leuchtet ja natürlich auch. Wie gesagt, reflektiert ja alles. Aber ihr seht, das ist ganz anders. Das ist quasi die volle Bandbreite, die ihr hier reflektiert. Und hier wird nur der UV-Bereich reflektiert. Ich habe aber, wie ich ja gesagt habe, mehrere Sachen mitgebracht. Und wie ich vorhin schon erwähnte, können ja organische Substanzen und auch, ich sage Mineralien, entsprechend verschiedenes Licht emittieren. Das hier ist eine Sonnenmuschel. Und ja, quasi Perlmut. Aber ihr seht, das Perlmut ist schon ein bisschen abgenutzt. Das ist nicht so ganz glatt. Außen ist ja immer die sowieso Perlmutschicht, die da mit verschiedenen Farbpigmenten ist. Und die könnte in der Theorie leuchten. Ich zeige es mal mit weiß. Klar, reflektiert alles, was weiß ist, reflektiert alles Licht. Das Schwarz reflektiert nichts. Und von innen ist es natürlich sehr, sehr hell und reflektiert perfekt. Gut. Springen wir mal auf Schwarzlicht um. Hier sieht man, wir hatten ja gerade diesen weißen Aufhänger gehabt. Ihr seht, das ist quasi optisch ein ähnliches Weiß, aber reflektiert viel, viel weniger. Das heißt, dieses Weiß hier hat keine Substanzen, wo UV-Licht gut gebunden werden kann. Ich drehe mal die Innenseite um, quasi glatte Perlmutschicht. Und auch hier seht ihr, liegt es am organischen Material und es reflektiert quasi so gut wie nichts. Gut. Wechseln wir erstmal wieder auf Weiß und dann zeige ich euch das letzte Beispiel. Dieser Muscheltyp hier, total toll, der ist quasi das Gegenteil, das ich euch zeigen möchte. Ich mache jetzt noch mit Weiß. Ihr seht, es hat quasi eine dunkle Struktur. Das Perlmut hier hat viele verschiedenfarbige Einlagungen. Ich vermute, dass es eisenhaltige Einlagungen sind. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und dadurch natürlich, dass es dunkel ist, wird viel des Lichtes absorbiert. Klar kennt man hier auch von Schwarz. Wird viel absorbiert, wenig reflektiert. Die Unterseite ist entsprechend, natürlich hier die Innenseite mit Perlmut reflektiert ein bisschen. Ich stelle mir mal auf Schwarzlicht um. Und dann sieht man, ich komme mal näher ranfahren, hier sieht man es total toll. Das ist schön rötlich-violett reflektiert, wenn ich nahe rangehe. Hier auch am Rand, toll zu sehen. Und das hat also quasi einen der Stoffe, die UV-reaktiv ist und die wir deswegen gut sehen können. So, nun haben wir aber nicht nur ein UV-Licht, sondern wir haben noch ein zweites. So, gucken, wo. Da. Dieses geile niedliche Licht ist auch ein UV-Licht. Das ist auch kein Problem. Ich zeige es nochmal in der Hand. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr schwaches Licht. Ich muss, glaube ich, ganz nah ran gehen, damit ihr es seht. Und warum ist das so schwach? Ja, dieses UV-Licht, oder dieses Schwarzlicht genauer genommen, hat eine sehr viel geringere Wellenlänge, 365 Nanometer. Ist also, so gesehen, energiereicher. Umso kürzer die Welle, umso mehr Energie steckt drin. Und von der Firmung seht ihr es gar nicht mehr. Aber, was wir so toll haben, wir können mit der fokussieren. Und dann sieht man es besser. Ich komme nochmal ran. Ja, so sieht es unfokussiert aus. Ihr seht, denke ich, nichts. Wenn ich jetzt fokussiere, sieht man zumindest diese kleine, ja, sagen wir fast schon rundliche Sache. Wenn ich das jetzt nochmal in unseren reaktiven Sachen zeige. Weil, je nach Wellenlänge kann es sein, dass verschiedene Sachen reflektieren und nicht. Ich komme mal näher ran und versuche euch zu zeigen. Ihr seht, hier reagiert das nicht, verglichen mit unserem anderen Schwarzlicht. Einfach, weil die Wellenlänge, ups, bleib mal drinnen. Weil die Wellenlänge einfach nicht passend ist. Der Stoff reagiert nicht auf diese Wellenlänge vom UV-Licht. Und deswegen reflektiert er nichts. Und zum Weiß, dass es noch an ist. Ja, ihr seht, ich drücke nichts. Ich halte meine Hand wieder davor. Also, an war es die ganze Zeit. Deswegen haben wir verschiedene, weil halt verschiedene Stoffe auf verschiedene Wellenlänge reagieren. Nun haben wir gerade jetzt am Tag natürlich das Problem, wenn wir sowas machen. Es ist schwer sichtbar, weil es halt hell ist. Und, sag ich mal so, künstlich Licht zu erzeugen, ist nicht so einfach. Künstliche Dunkelheit meine ich. Und darum haben wir Patentrecht gebaut. Die Blacklightbox. Könnt ihr unseren Shop bestellen für 250 Euro. Nein, kleiner Scherz. Das ist selbstmeldet. Wer das gerne möchte, kann das selber bauen. Die Konstruktion ist extrem einfach. Eine Pappschachtel. Ein bisschen mit Ducktape abgedichtet, damit es auch ein bisschen resistent ist, damit nicht so viel Licht durchkommt. Vorne eine Öffnung zum Durchgucken. Oben etwas, um das Licht reinzumachen. Und Öffnung, um was reinzulegen. Damit kann man quasi mobil, wie wir jetzt hier unterwegs sind, und es relativ hell ist, so ein bisschen, sag ich mal, Dunkelheit erzeugen, wenn man sich Sachen darunter anschauen soll. Ich hole mal wieder unsere reaktive Sachen hier. Und befülle das mal. Zack. Brauche ich noch den Aufhänger, der hat ja auch so toll geleuchtet. Wo ist er? Da. So, ich packe jetzt mal alle da rein. Und habe jetzt, sag ich mal, ein bisschen Dunkelheit erzeugt. Es ist halt trotzdem noch Tag-Held gerade. Aber immerhin, wir wissen, mit der hier reagieren sie. So, ich denke, man sieht es jetzt ganz gut an den Aufhänger, dass der hier leuchtet. Sprich, ohne dass ich das mache. Ich versuche jetzt mal, die andere Musche noch in Sichtbereich zu kriegen. Und auch hier müsste man sehen, dass dieser ein bisschen das rot-orange-Dicht emittiert. Vor allem am Rand. Auf jeden Fall, wenn ihr es nicht sehen könnt, glaubt es mir, es ist so. Aber ihr habt es ja bei den Aufhänger gesehen, der hat wirklich schön reflektiert. Und dafür ist eigentlich diese Box da, damit wir, wenn wir unterwegs sind und was uns anschauen wollen, quasi die Gelegenheit haben, da was reinzupacken und zu schauen, ob das UV-Reaktiv ist. Ja, das war das Thema UV-Licht. Ich hoffe, es war für euch interessant. Und wie immer würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Wir sind auf eure Hilfe auch angewiesen. Deswegen supportet uns gerne da, wo ihr könnt, da, wo ihr denkt, dass wir es verdient haben. Sagt auch gerne, wenn euch irgendwas vielleicht nicht gefallen hat. Das ist kein Thema. Links zu allen möglichen Supports zu unseren ganzen Social Media findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, vielleicht sogar auf eine Untersuchung und sage Tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen euren Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden für uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch jetzt so keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen trinkt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen trinken soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Touren, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden. Okay. Ich bin deutlich, dass wir dort auch Guten, ich bin ehrlich.